Eine wiederkehrende oder chronische Scheidenpilzinfektion ist eigentlich klar definiert. Es ist eigentlich so, wenn man vier Episoden pro Jahr Beschwerden hat, dann spricht man von einer chronischen Infektion. Aber auch hier ist es wieder auch beim normalen Scheidenpilz sozusagen zu unterscheiden, ist es wirklich eine wiederkehrende Pilzerkrankung oder handelt es sich um eine bakterielle Infektion oder um einen Mangel an Milchshörbakterien. Aber wenn man die Diagnose hat, also von einer wiederkehrenden Scheidenpilzinfektion spricht, dann geht es um die Therapie und die ist nicht sehr einfach. Die Therapie der wiederkehrenden Scheideninfektion stützt sich eigentlich auf eine Prophylaxetherapie. Es ist falsch, was immer wieder gemacht wird leider, dass man auf jede Episode der Patientin wartet und die dann versucht zu therapieren. Nein, man muss prinzipiell mal den Pilz niederhalten und dann durch eine prophylaktische Gabe ein Wiederauftreten des Pilzes vermeiden. Solche Langzeitschemata gibt es verschiedene, sind auch wissenschaftlich zum Teil belegt. Allerdings das Problem ist, dass bei Absetzen der Therapie, also nach Beendigung dieser Langzeittherapie kommt es in ungefähr der Hälfte aller Fälle zu einem Wiederauftreten der Pilzinfektion und man fängt wieder von vorne an. Die Dauer einer Langzeittherapie gegen einen Pilz ist doch eine Sache von Monaten. Man muss davon ausgehen, es ist eine chronische Erkrankung, die kann man nur chronisch therapieren. Mit Akutbehandlung hat man da wie gesagt nicht viele Chancen. Ich schätze ungefähr oder aus der Erfahrung kann ich sagen, es geht normalerweise so neun bis zwölf Monate Therapie unter kontrollierten Bedingungen. Wenn die Kontrollen jeweils unerfällig sind, kann man nach circa einem Jahr die Behandlung beenden. Noch ganz wichtig zur Behandlung der chronischen Scheideninfektion, es ist nicht sinnvoll eine chronische Infektion mit Säpfchen und Cremen zu behandeln. Hier braucht man orale Therapie, also Kapselformen. Eine Patientin mit wiederkehrenden Pilzinfektionen sollte nicht Scheiben, Säpfchen und Cremen verwenden.